Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt, das ich mir ausgesucht habe. Sonic Riders soll es diesmal sein. Ein Spiel von 2006. Und ja, ich habe mir mal überlegt, dass ich mal etwas anderes ausprobiere. Und da ist mir quasi dann eingefallen, dass es halt noch dieses Spiel gibt. Was ich auch, glaube ich, schon mal vorgestellt habe, beziehungsweise mal gesagt habe, dass ich es eventuell zu einem Let's Play setzen könnte. Und heute ist der Tag, an dem ich es mal versuche. Das Ganze hat einmal einen, ja, man könnte sagen Singleplayer-Modus, in dem man quasi in eine Story reingehen kann. Man kann auch ein normales Rennen machen und, und, und. Es gibt auf jeden Fall einiges hier drin, was man freischalten kann. Finde ich sehr gut. Und ja, fangen wir doch mal gleich mal ein Spielchen an. Ähm, man kann hier, wie gesagt, die normalen Rennen machen. Story-Rennen, Team-Modus, Überleben-Modus oder halt laden. Da könnte es dann einiges zu kaufen, wo man dann anschließend, ich glaube, für Ringe zusätzlich, ähm, Sachen kaufen kann. Da ich aber zur Zeit ja noch nicht freigeschaltet habe, noch keine Ringe gesammelt habe, und, 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 ist der Laden zur Zeit noch nicht so positiv. Ich glaube, man kann dort auch ein paar Borts oder sowas freischalten oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, starten wir doch gleich mal mit dem Story-Modus von dem Spiel. Das ist, veranstalte ein Rennen, das auf der Story aufgebaut, nur ein Spiel. Hier zum Beispiel, wähle eine Strecke und nehme an einen Rennteil. Team-Modus, sucht ihr einen Spielpartner und teilt eure Luft während des Rennens. Ein bis zwei Spieler. Und dann tritt nach, äh, festsetzenden Regeln gegen andere an. Festlegende Sätze, etc. Bla, 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 ganz, 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 deutlich. Ja, ähm, wie gesagt, wir fangen jetzt mal mit dem Story-Modus an. Habe ich noch nicht gemacht. Ich habe bis jetzt nur normaler Rennen mal versucht zum Probieren und Testen, ob ich überhaupt mit der Steuerung klarkomme. Man hat mir natürlich gesagt, dass die Steuerung sehr schwierig sein könnte. Ich selber kenne es auch nur auf der Konsole. Von daher wird es auch nichts anders laufen. Ja, also beginnen wir doch gleich mal und schauen uns das Adventures von Ihnen nochmal an. Das könnte natürlich jetzt ein bisschen huckelig werden. Das liegt immer an der Aufnahme, zum größten Teil. Deswegen nimmt mir das jetzt nicht so böse. Naja, schon ein bisschen kann man aber wenigstens lesen, worum es geht. Deswegen wird es auch nicht so schlimm. So, es steht das ja erstmal nur als Testprojekt dran. Und ihr habt dann quasi mehr oder weniger Zeit die Entscheidung mit den Spielchen. Wie viele Parts ich im Test einsetze, weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass ich es mir gerne vorgestellt habe, bis zu einem Weg zu retten. Und am Ende liegt es dann im Teils an euch. Das Spiel selber ruckelt nicht so extrem, also nicht so viel. Ich sage, ich bin nicht ein Zweispieler-Modus-Einsätze, in dem man viel geteilt spielt und anschließend nicht funktioniert so richtig. Zumindest nicht in der Aufnahme. Ich rede und rede und ihr könnt noch nicht mal ordentlich das Video gucken. Mann, bin ich freundlich, Leute. Gut, ich würde mal sagen, überspringen wir mal den großen Teil gleich. Vielleicht lasse ich doch mal ein bisschen laufen, ey. Also, ich würde mal sagen, überspringen wir mal den großen Teil. Naja, so teilweise ging es ja. So. Ich glaube, wir starten direkt ein Spiel. Das wird zu viel, glaube ich. Tut mir echt leid, dass ich auf diese Szene durchgehen muss. Geh unter den ersten drei. Okay. Ich denke mal, das wird machbar sein. Hier läuft die Musik auch schon ein bisschen besser. Okay. Wir sollen unter den ersten drei kommen. Ich denke mal, das wird halt gar kein Problem sein, da ich es oft geschafft habe, beim Testen oft unter den ersten drei zu kommen. Meistens sogar auf den ersten Cup zu kommen. Aber das war ja eher das normale Rennen. Von daher, wie gesagt, wird mir das jetzt mit diesem Video nicht am Anfang so übel. Und dass es halt so ein bisschen hüttelig ist. Mein Aufnahmeprogramm ist ja nicht das Beste, aber das ist jetzt inzwischen schon sehr bekannt. Bei vielen Stieren. Na, ich wollte eigentlich da drauf, aber ist okay. Ja, komm, hopp! Zu dem einen stehe ich jetzt auf dem wuchten Platz, aber das wird sich, glaube ich, noch ändern. Hoffentlich. Sonst habe ich denn jetzt viel besser gespielt, als wie hier. Oh, Mann, bin ich schlecht hier. Oh, Mann. Wer das nicht immer machen würde, käme ich auch wenigstens dritt weiter. Ich will ja nicht die ganzen Roboter hier durchknimmen. Ich will hier einfach nur schnell rumdumpen. Dass ich auch durchkommen kann. Jetzt bin ich schon mal auf dem dritten, das ist ja schon mal ganz gut. Boah, das war ziemlich knapp. So. Lachen passt an, wie so was. Liegt ihr ja doch langsam auf den ersten rum, oder? Doch. Klar, natürlich. Wäre jetzt auch eine Lachen immer, wenn ich das nicht packen würde hier. Ups, Boxenstopp. Ach. Manchmal fühlt er nicht, wie ich es fühle. Na gut, lassen wir es mit dem Boxenstopp. Sie müssen ja nur unter den ersten drei kommen, das reicht ja schon. Und das ist ja zur Zeit eigentlich die Sache. Wir sind jetzt auf dem zweiten, von daher... Na ja. Na ja, fragt sich nur, wie lange. Fängt schon an zu flüten. Gut, hier mit dem Passpanz kriegen wir noch natürlich ein paar Punkte, von daher wird es also... ...leichter. Doppel-S ist ein gutes Zeichen. Trotzdem stört das nicht, dass der eine noch vor mir ist. Aber den kriegen wir auch noch hier, kompusten. Geht doch. Immer kommt mir das Gefühl so, als wenn das Boxenstopp zu langsam wird. Nee, nee. Es kommt mir nicht so vor, der fängt schon wieder an zu piepen. Gehen wir hier ein paar... Ja, natürlich. Geht doch. So gefällt mir das. Ja, das gefällt mir schon richtig sehr. Das ist cool. Was tut dir denn alle hier so? Wow. Haha. Da muss man natürlich auch immer deutlich aufpassen. Boah, das gefällt mir. Das ist gut. Ja, das gefällt mir sehr. Fann ich in Hyker-Fuß. Ja, da sind wir es noch. Wie viele Runden sind wir noch? Ah, ich seh's schon. Nein, 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 nein. Legen wir es noch hin. Ja, ja, also teilweise. Aber noch sind wir auf den ersten Knapp, was ja eigentlich nicht schlecht ist. Aber das kann sich ja leider noch hindern. Das Bedeutung steht auch leider. Ich muss immer aufpassen, dass der Tank nicht leer wird. Ja, ja. Darf ich hier nicht hochgehen mit Hyperspeed? Ich muss mir solche Punkte sammeln, sonst bin ich geliefert. Wie kriegt man am meisten Punkte? Stunt! Die auch funktionieren, hoffentlich. Und die klappt nicht. Das war so klar. Soll ich mich alles wieder aufholen gleich? Ah, mein Tempo geht immer niedriger. Oh, ich muss den Boxenstop finden. Mein Board ist leer. Aber noch stehe ich nicht schlecht da. Ich bin sogar sehr weit vor den anderen. Und los. Darf man somit hier rüberrunden. Ich meine, noch bin ich ziemlich gut dran. Also, noch hat ich nicht das Problem oder die Befürchtung, dass ich schnell überholt werde. Wenn ich jetzt hier noch ein paar Spanzen kriege, dann tanke ich noch mit auf. Jetzt wurde ich überholt, ne? Ja, natürlich. Ja, kommt schon. Den kriegen wir aber wieder. Komm, den müssen wir wieder hinkriegen, oder? Ja, natürlich. Klappt doch alles. Das ist doch super. Dafür, dass wir quasi einem Ende kurz standen. Stehen wir jetzt schon wieder ein bisschen besser da. Ein paar Ringe schön sammeln. Ha, ha, ha. Juhu. Nein. Du überholst mich jetzt hier nicht, Freundchen. Das gibt's doch nicht. Hat er mich jetzt überholt? Yo. Oh, ne. Oh, ne. Der ist schon am Ziel. Na gut, wir sollten unter den ersten drei kommen. Aber hey, ich hatte einen guten Start dafür. Also ein schlechtes Start, dafür habe ich jetzt ein gutes Ende noch nehmen können. Wir sollten ja unter den ersten drei kommen. Zweiter bin ich geworden. Das reicht, denke ich mal, schon aus. Ist zwar nicht die beste Leistung, aber hey, ich habe schon jahrelang das Spiel nicht spielen können. Von daher ist das für mich noch mal eine ziemlich gute Leistung. Und naja. Hey. Mal abgesehen davon, dass es vielleicht noch schlimmer werden kann. Wir gehen jetzt auf die weitere Stufe. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so schwierig wird. Speicher erfordert, ich drücke, drücke übernehmen, um fortzufahren. Bla, bla, bla. Und weiter geht's. Und ich überspringe das mal lieber, sonst... So, gehe unter den ersten drei. Okay, hier in dem Level war ich noch nicht. Aber hey, wir spielen diesmal Tails. Immer schön vorsichtig sein. Und los starten. Hier läuft es auch ein bisschen flüssiger, märkig. Ich zerfriere euch, meine Herren. Ah, hier läuft es ein bisschen besser. Bleibt mir vom Leib. Ich muss hier wenigstens oder den ersten drei sein. Boah. Was ist das jetzt? Viel Warding mit, ähm... Düsenantrieb? Oh Gott, ich kenne mich mit dem Level hier gar nicht aus. Oh, Mann. Hoffentlich verliere ich jetzt nicht hier, weil ich dieses Level nicht kenne. Nein, nein, nein. Boah. Doch. Ich hab's ja weg von mich selber, um es mal zugeben. Na los, hopp. Hoffentlich reicht die Zeit überhaupt noch aus. Boah, was ist denn das hier? Ganz ehrlich, das ist ein Durcheinander, oder? Wow, 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 wow. Na komm schon, wir dürfen hier nicht nochmal versagen. Ich meine, wir haben das erste Mal auf dem zweiten Platz gestafft. Jetzt müssen wir doch auch wenigstens auf dem zweiten oder dritten kommen, ehrlich mal. Hoffentlich kann ich überhaupt nicht selbst spielen. Ach, komm schon. Sag mir nicht, ich kann hier mit Kälte nicht Viren vernünftig. Das wäre aber wirklich eine Schande für mich. Aber wie lange ist das erste Level? Ach, du je. Auf jeden Fall weiß ich, sobald ich den Punkt gefunden hab, dass ich es nicht mehr staffe, brech ich das erstmal ab, also dieses Level, und beginne es quasi im neuen Start. Ich wollte jetzt dazu kommen, weil ich nämlich die Story reinlegen möchte und hier schon durchgehe, irgendwie. Ja, nee, komm schon. Ich mach hier ein, statt nach dem nächsten, was ich überhaupt nicht vorhabe, herrlich. Ach, komm schon. Krieg ich noch hin? Ach, je. Kein guter Zeichen. Aber manchmal will der ja auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie man überhaupt hier den Überblick haben kann, wenn man hier noch das mit dem Wasserfall hat, oder so. Drum, abwärts, aufwärts. Ich hab keine Ahnung, wo wir überhaupt blank sind. Och je. Nee, nee. Was ist nur mit mir los, Leute? Komm schon. Das war jetzt nicht so gut. Offenbar, ich holen wir doch hier noch auf. Ja, nee, komm schon. Ja, du bist doch ein gemeiner Kerl hier. Warte, ich bin Platzgewalt? Was ist das denn hier? Natürlich. Jetzt muss ich hier einen Pilg suchen, oder was? Wo ist denn der nächste? Da. Ja, nee. Das riecht. Ich fand mir da fast schwarz. Aber noch ist die zweite Runde. Wir müssen das mal ausladen. Das ist das mal wichtiger. Wir müssen da einiges aufholen. Wir sind zwar nicht das letzte, aber wir sollen unter den ersten drei kommen, was nicht gerade einfach ist. Wenn die Gegner anschließend auch noch sich entscheiden, so gemeint zu sein und einen die Plätze wegzunehmen. Letzte Runde, letztes Glück, würde ich mal sagen. So. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die anderen vor mir irgendwie... Ah, Plage. Ah, das war's nicht. Das war zu spätes Timing. Das war richtig spätes Timing jetzt drunter. Oh Mann, dass wir so mieser jetzt enden, das sehe ich jetzt schon, glaube ich. Wir sind schon in der letzten Runde und ich schaffe es nicht, vom fünften Platz auf den dritten zu kommen. Ah, das... Ich glaube, das packen wir nicht mehr. Das wird jetzt nicht mehr. Ah, dabei hat das in der Form so gut geklappt. Die ersten sind gleich dann am Ziel. Selbst mit Hypercute würden wir das jetzt, glaube ich, nicht mehr packen. Wir sind jetzt auf dem fünften und die ersten zwei sind vorn um hier. Und? Und, und, und... Ne, das packen wir nicht mehr. Nein, gescheitert. Ich hab's geahnt. Ja, ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Das nächste Mal würden wir natürlich hier wieder bei Tz weitermachen. Tut mir leid für den riesen Start, aber ich denke mal, so mies war er ja, denke ich mal, gar nicht. Wenn's euch gefallen hat, lasst mal ein Feedback da. Gebt einen Kommentar dazu. Ich bedanke dich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüsschen! 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 Tschüss! physigallisk imiento whopping binatенный ton commit summit es Bis zum nächsten Mal.